Wir orientieren uns natürlich nicht nach den Empfehlungen von Politikern, auch nicht nach den Empfehlungen des Gesundheitsministers. Sie sind eben politisch und nicht wissenschaftlich. Niemand schreibt eine Impfpflicht für alle drei Monate vor. Unterm Strich ist es für uns ein erheblicher Aufwand, am Eingang eines Restaurants zu kontrollieren, wer jetzt eine frische Impfung hat. Das geplante Infektionsschutzgesetz von Lauterbach und Buschmann sorgt weiter für Kontroversen. Höchst umstritten die Dreimonatsregelung. Heißt, ab Oktober Maskenpflicht in Innenräumen, wenn die Impfung älter als drei Monate ist. Damit ist aber kein Dreimonats-Impf-Abo gemeint, macht nun der Bundeskanzler bei einem Bürgergespräch in seinem Brandenburger Wahlkreis deutlich. Niemand schreibt eine Impfpflicht für alle drei Monate vor. Niemand möchte, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger alle drei Monate impfen lassen. Auch der Bundesgesundheitsminister selbst will hier nicht missverstanden werden und erklärte nun in einem Fernsehinterview, die Regelung ist nicht als Impfaufforderung im dreimonatigen Rhythmus zu verstehen. Dies sei, Zitat, abwegig und medizinisch unsinnig. Kritisiert werden auch Lauterbachs Empfehlungen zu einer vierten Impfung für alle. Für den Virologen Jonas Schmidt, Jan Asit, sind die Äußerungen nicht wissenschaftlich und bieten Medizinern keinen Orientierungspunkt. Wir orientieren uns natürlich nicht nach den Empfehlungen von Politikern, auch nicht nach den Empfehlungen des Gesundheitsministers. Sie sind eben politisch und nicht wissenschaftlich. Und darum ist für uns die STIKO die entscheidende, unabhängige Kommission, an der wir uns orientieren. Bislang empfiehlt die ständige Impfkommission den vierten Peaks für Menschen ab 70 Jahren. Lauterbach hatte davon abweichend ihn für alle Altersgruppen angeregt. Dem ZDF-Heute-Journal sagte er nun allerdings, Ich habe nicht gesagt, für alle die vierte Impfung. Ich habe nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen. Das ist einfach falsch. Vierte Impfung, ja oder nein? Hier im Wahlkreis von Scholz, im brandenburgischen Michendorf bei Potsdam, gehen die Meinungen auseinander. Ich hatte nach meiner Boosterung das erste Mal Corona, habe richtig drei Wochen flachgelegen, habe nach einem halben Jahr wieder Corona bekommen. Und mir ging es vor vier Wochen wieder richtig, richtig schlecht. Ich finde schon, das ist wichtig, dass die vierte Impfung kommt. Ich kenne so viele, die sich auch trotzdem infiziert haben, obwohl sie vierfach, drei- oder vierfach geimpft sind. Und jetzt kommt ein Herr Lauterbach und sagt, wir müssen jetzt im Quartal impfen. Für mich ist es unerklärlich. Für mich ist es eine Art von Erpressung, die hier stattfindet. Und ich möchte in so einer Gesellschaft aufschreien. Und letztendlich kann man das ja auch, oder muss jeder das für sich selbst beantworten, ob er halt mit den möglichen Nebenwirkungen leben kann, mit diesem Restrisiko, muss man so sagen, oder ob man sich überzeugen lässt davon, dass doch die meisten Menschen mit einer Impfung, sage ich mal, eine mögliche Infektion oder eine Infektion halt glimpflich überstanden haben. Kritisiert wird auch, wie die Ausnahme von der Maskenpflicht konkret kontrolliert werden soll. Restaurants, Hotels und Veranstalter befürchten hier ein erneutes Corona-Regelchaos. Dieser Kontrollaufwand ist enorm groß. Und insofern ist auch die Vorlage, die wir jetzt vom Bundesgesundheitsminister bekommen haben, eben verbesserungswürdig. Unter dem Strich ist es für uns ein erheblicher Aufwand, am Eingang eines Restaurants zu kontrollieren, wer jetzt eine frische Impfung hat, wer eine ältere Impfung hat, wer genesen ist, wie lange das zurückliegt. Das ist in der Tat, das haben wir ja geübt in den letzten Jahren, so nicht durchführbar. Der Gesundheitsminister schlägt hier verschiedenfarbige Zertifikate in der Corona-Warn-App vor. Die farbliche Kennzeichnung würde dann anzeigen, wer von der Maskenpflicht ausgenommen ist und wer nicht. Untertitelung des Zertifikate in der Corona-Warn-App vor.